Zwei Uhr Uhr nach Hause mit dem Auto, steige hier aus, aus dem Auto, mache ich die Tür zu und drehe ich mich um. Alle diesen Mordeinschlägen gehen iranische Opposition überall auf der Welt und besonders hier in Europa, in der Bundesrepublik, iranische Machthaber, die politische und religiöse Führer stehen. Iran steht wirtschaftlich, politisch ganz isoliert da und der Druck der Amerikaner und Engländer auf Bundesrepublik und Europäische Union ist sehr groß. Bundesrepublik Deutschland für Iran ist das Tor zum Westen. Wenn das mal geschlossen werden sollte, dann steht Iran sehr, sehr schlecht da. Es ist... Ja, oder 230 Mälde, Sie an, einsatzfrei. Ja, oder 230 Mälde, Sie an, einsatzfrei. Ja, oder 230 Mälde, Sie an, einsatzfrei. Ja, oder? Ja, oderangan jullie. Ja. Ja.